Ich glaube, es ist ganz toll, dass Hamburg Dirty Dancing sehen kann in einer Neu-Inszenierung. Es ist schon wert, nochmal in die Show zu gehen, weil es ist ganz anders, wie es damals war in Hamburg. Es ist schwer so auszugehen, man muss es erleben, wirklich einfach hier zu kommen. All and all to you.